so ampel mit dem motorrad kommt es auch viel schneller voran irgendwie und dann auf einmal die ampel grün ist immer voll geil mit den ampeln grüne welle hat das scheiße wo sieht die us da was darbereichs vernetzungen aber ich brauche zugang kann die sehen seine wache mit dem zugangscode ich will wissen wer hinter dem anruf steht das finden wir jetzt raus also lokalisieren sie eine wache mit dem zugangscode eine wache das heißt erstmal schön den rausholen und immer hier gibt es wahrscheinlich keinen hintereingang was ist doch da vorne hin na gut schordi so flitzen wir mal schnell hier ums eck ob es geparkt ja ich bin ja nur ein joggender mann hier gibt es nichts zu sehen oh ok ok so das ist das was ich meine da wird euch angezeigt bankkonto oben links zack und schon haben wir das bankkonto gehackt jetzt müssen wir auf jeden fall den wachmann finden der den scheiß code hat glaubt dass ihn jemand ermorden will alter hast du probleme so wir könnten jetzt das tor öffnen geht aber bestimmt hier irgend so ein alarm los komm wir machen einfach mal ich hab dich voll erschrocken gefühlt der arme jetzt hab ich auch noch die alarmanlage angemacht so jetzt gehen wir mal schnell hier rein der typ sieht uns ja eh nicht fuck 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 ablenken du hast noch 10 minuten wie geil ist das denn ich war jetzt so abgelenkt wie geil nur weil er glaubt dass er noch 10 minuten zu leben dass ihn einer umbringen will kriegt er dann eine sms von mir hast du noch 10 minuten zu leben wie geil muss ich ein bisschen vorsichtiger sein ok machen wir das nochmal aber wieso gibt es denn da einen seitenengang ach so wir brauchen das scheiß tor gar nicht guck mal hier entriegeln zack und schon ist die scheiß tür auf oder was der typ sieht uns nicht na super ja ist jetzt so schön warum leicht wenn es schwer geht so b genau flittert er mal rein jetzt müssen wir erstmal gucken ob uns hier irgendeiner sehen kann äh raus hier gucken was die tierer ist die haben ja sogar eigene ahnung im sperrgebiet ok damit er mich nicht sieht oder was nein hier ist niemand äh hier gibt es nichts zu sehen geben sie bitte weiter na Junge du wirst das leben oder ich muss dich sonst erschießen das finde ich cool gemacht dass man die typen hier durch die uns sehen kann quasi durch die hier wand gewollheckt genau ist nichts schlimmes Junge das ist nur der Gabelstapler der runtergegangen ist oh du bist mein Held so jetzt gehen wir mal hier hoch so nochmal da da ist ein Gabelstapler und da hinten sind zwei Tango's Moment Kran Tango's Kran Hihihihihi Ja mann Hihihihihi Wie geil ist das denn ey war schon das war jetzt schon ein bisschen hart ne also aber okay scheiß drauf so so viel man das später noch braucht liegen die Typen jetzt hier echt runter iiihihihi ja mann mh echt leid aber schwere Körperverletzung Zeit abgesessen na gut das ist dann verdient identifizier dich äh weiter so Kamera hacky hack oh nein was ist das fuck verdammt normal was hab ich denn übersehen so ein scheiß okay auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal wie wir da reinkommen hintereingang der erhult aber wir müssen auf jeden Fall jetzt hier den Kack hacken kling so zack Tür auf rein naja hier haben wir nicht rum so hier gehen wir mal eben drüber hier der Typ läuft jetzt gleich weg Dabelstapler holen wir jetzt runter machen wir jetzt schnell so sieht ihr das was ist denn hier los sehe ich den jetzt nicht mehr weil ich mein jetzt nicht draußen hatte das ist der Typ deswegen sieht er den auch nicht nichts worum man sich Sorgen machen müsste richtig das nichts zu sehen ciao weg so nochmal mit dem Kran also wenn ich die ecke fällt die scheiße runter die Typen sind platt genau so schützen kill 10 plus okay aber wieso habe ich den einen Typen gerade übersehen wo war der okay wir haben da Kameras warte mal lass uns mal die Kameras checken so Kamera den kann man schon mal hoch holen wer weiß wofür wir den später brauchen okay da ist einer springen äh da ist noch eine Kamera hack mal hoch so okay da läuft jemand rum klopft da die Tür was entwickelt Kostüme für Kinder ne entwirft okay zu der Kamera zurück der Typ ist ja jetzt gerade da drunter was will er okay ah da lief der Typ was der hatte auch den den Dingscode oder was okay muss er mal vorsichtig ranpurschen wenn der wirklich den Code hat dann müssen wir den ja hacken von dem ups passen geht der runter oder was bist du bescheuert ja mach den Code von dir du mein Gott ist alles voll springen ich will ja nichts springen ich will leise sein an Verstärkung rufen ach nein was will er denn da jetzt tun guck mal die vollautomatische ich glaube jetzt wird es ernst ups da war der Granatwerfer ich wollte eigentlich etwas cooler schießen was wie konnte das passieren ja wie konnte das passieren ja so kommt jetzt hier einer da kommt er wir müssen ihn finden kapiert ihr ja wir kapieren muss ich glaube ich hacken oder ich nicht also einfach alle ab scheiß drauf die glaube ich nicht wissen ist dass ich sie sehen kann ich muss mal aufpassen hacken ich habe den Code ne jawoll den Zugangscode benutzen um den Server zu erreichen ok Server ist 48 Meter da hinten ich muss über die Kameras regeln Moment laufen Kamera das ist ja toter Winkel hier oder was supergeil ok da kommt einer du Wichser ey du Wichser scheiße ich habe ihn noch gesehen verdammt ja gut also hoff ein neues mein Gott ey kennen wir uns ja schon aus jup hallo ich muss da mal was erledigen hier willkommen im Einkaufsparadies ich muss auf jeden Fall zu dem Typen der hatte ja das Ding gehabt ne so pass auf gehen wir mal hier lang oh da war einer war aber nicht der mit dem Code ne ne geh mal raus geh mal gucken was da los ist komm schon reden steht nicht irgendwie K.O. hauen den Pisser ah von hinten anschleißen bringt's so ok der ist also gefecht da steht ein Auto da kann man springen ok ok da kommt wieder einer Verstärkung rufen achso so den hauen wir jetzt auch platt ja guten Tag so war es nämlich mal ein bisschen anders sprengen nein jetzt mal schnell mit der Kamera umschauen ich finde schon geil wie verpixelt der ist äh ok da ist einer äh ist denn hier da ist Kamera zurück ok da machen wir jetzt einen auf harte Tour da ist die 16 416 ok so der war das glaube ich mit dem genau den Zugangscode haben wir schon mal jetzt sprengen das das testen wir jetzt auch mal was dann passiert genau geh mal da hin so wir werden beobachtet meint er da ist du nur ach da ist denn seine Kamera an seinem Körper oder was was ist das denn oh da kommt einer mal aufpassen jetzt muss man nämlich ein bisschen cool der kann um die Hecke schießen wie nice ist das denn aufpassen nicht dass die von hinten kommen so nachgeladen wird übrigens über nein nicht da hoch nachgeladen wird übrigens über den linken stick reindrücken ich habe dir ins Gesicht geschossen ich denke das ist in Sicherheit ich bin leider erschossen aus dem Hinterhalt was da kommt auch wieder einer stehe scheiße 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 nicht gut ich kann doch gleich jungen richtig ab jetzt weiß ich wenn du so bist alles klar was das hier elektronische teile nehmen alles mitnehmen hier so würde ich sagen hacken wir mal einen scheiß kasten dürfte jetzt nirgendwo mehr einer sein die haben wir ja alle erschossen locken so ich dachte service okay das habe ich mal gesehen wie das funktioniert also hier kommt was hoch dann muss man das jetzt hier x das muss jetzt da hoch durchgeleitet werden das heißt im moment andocken so jetzt müssen wir das signal durchschleusen so genau geht weiter ok hecken ist ja auch nicht so einfach und perfekt wow im server ich sehe mir gerade das netzwerk du hast dein zugang das profiler system ist online jedermanns kleine geheimnisse ein knopfdruck entfernen das ding markiert alle möglichen sachen das könnte sicher von vorteil sein achte auf den online papier da könnten fixer am netzwerk sein wenn ich sie sehen kann sehen sie mich auch ok ich muss los ich habe zu viel lärm gemacht ich melde mich ok so wir sind jetzt also quasi jetzt haben die stadt bezirks zugang freigeschaltet sehr schön das war jetzt quasi dann doch nicht so schwer anruf hey du musst was für mich erledigen was gibt es ich habe einen lukrativen deal mit einem besonderen kunden eingefädelt er braucht einen fahrer nein die sache ist ich komme heute morgen rein und sehe wie moris sich aus dem kistezimmer graben will also muss ich ihn wegbringen das problem könnte ich einfach auf dich abwälzen weil er schließlich dein problem ist doch das ist echt nicht mein stil ich bringe zu ende was ich anfangen und ich habe nur eine bitte ja gut schön ich mache es ich will dich wirklich nicht ich sagte ich mach's gut um was genau geht es denn ist ein lieferjob muss den typen fahren nicht zu schwer aber denke mal daran dass mein ruf auf dem spiel steht er bezahlt gutes geld für den besten fahrer chicagos dann hat er glück ja jordi chin also hat einen auftrag für uns okay der der beherbergt ja immer noch oder besser gesagt er hat immer noch unseren freund und das wollte ich gar nicht tut mir leid ich wollte eigentlich hier runterfahren genau so das beherbergt ja immer noch diesen moris diesen affen ist denn jetzt ach so jetzt muss ich da hin fahren okay warte mal schauen wo ist der scheiß job jetzt haben wir hier jetzt sind wir hier neue türme zum hacken cool machen wir auch noch ein bisschen so was war das jetzt hier kampagne schlechter beifahrer davon erzählen was machen wir jetzt so aber als erstes packen wir die knarre weg das sieht ein bisschen assi aus genau der wagen ist offen das tor auch schön was du standst einfach im weg junge okay ich bin nicht so der gute rückwärtsfahrer gebe ich ja zu den schild haben wir stehen gelassen das haben wir hingekriegt so fahren wir jetzt mal zu diesem komischen job ich hoffe das gefällt euch allen so hier im stream ein bisschen was von der kampagne schauen und machen wir gleich noch ein paar andere dinge erledigen was ist das denn da oder gerade irgendwie so ein komisches glas auf der karte seht ihr dass das rechts ein glas nach hier so ein trinkspiel das versuchen wir gleich noch versaut mal den mal scheiße was ist denn das was ist das da auf der karte und hier nicht egal so fahren wir erstmal zu diesem beifahrer job oder was auch immer dass da ja mein gott schöne hupe also linken stick beim fahren rein drücken ist hupe jetzt kommt wieder nachricht ne blumforschung stellt heute ein verbessertes verschlüsselungssystem vor die pr-chefin charlotte gartner gab zu protokoll dass das gescheiterte datenleck vom morgen beweist dass waren wir selten hier ehrlich schlechter beifahrer nehmen wir an das ist gesperrt Zum Teufel, ein Fixer? Dein Auftrag? Ich habe zu viel Lärm gemacht. Der hat mich gefunden. Hm. Dann finde ich ihn besser auch. Geordys Job wird warten müssen. Hä? Was ist das denn jetzt? Zählbarstreifen, halt dann, du Arsch! Mein Gott, ey! Was ist das? Erreichen. Die ich nicht finde. Du X to Tape. Ist das jetzt so eine Art Hacker oder was? Das Leben schwer machen will. Das wird man auch ein Auto nehmen können, klar. Mein Konto nehme ich mit. Danke für die 800 200 Dollar. Okay, Online-Hacking. Gehackt werden. Ein rivalisierender Fixer, was so, Fixer heißen die, hat den Auftrag zu einem Online-Hacking akzeptiert und werde Informationen von Ihnen stehlen. Finden Sie den Fixer, der Sie hackt. Er könnte über Fahrzeug, was über Ihnen, unter Ihnen, auf einem Dach, in einem Fahrzeug oder in einer Menge, oh, ist ja ätzend. Okay, legen Sie X-Profil jedem an, äh, verdächtigt ist es okay. Aber, so, das müsste jetzt losgehen. Scheiße, er will sich reinheben. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Da müssen wir den nochmal erstmal finden, der Radius ist ziemlich groß, finde ich. Ein Konto nehmen wir immer mit. Boah, 2300 Dollar. Boah, bist du der Hacker? Nicht der Hacker. Nicht der Hacker, nicht der Hacker. Nicht der Hacker. Wo ist die Zeit davon? Der hat schon 18 Prozent. Nicht der Hacker. Wot. Wot. Der Sieg ist uninteressant. Nicht der Hacker. Der hat da 30 Prozent. So viele, die man hacken kann, aber man ist doch voll assi, ey. Uiuiuiui. Puh, 40, 44 Prozent. Ich laufe gerade aus dem Radius raus. Ah, Moment, der Radius bewegt sich mit ihm. Und er ist wahrscheinlich in der Mitte des Radius. Warte mal. Dann kommt er nämlich mit, danke. Was ist er hier? Läuft er hier rum? Da ist er doch, der Wichser. Ja, du hörst. Warte, warte, warte. Ja, du Wichser. Kleiner Stricher. Knarre wegpacken. Polizei, kommen Sie schnell hier raus. Hier wird geschossen. Beeilung. Was, 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 was? Wer hat die Bullen gerufen? No. Kannst du jetzt gerade. Als Wichserbestimmung wie Erkennungswert innerhalb der Wichser-Community steigen Sie hier in den Banken für so eine Aktion. Aha, okay, alles klar. Da interessiert sich jemand für mich. Fixer sind Sörgner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Das sind verdammte Möglichkeiten. Da ist doch noch Bullen am Arsch. Kommunizieren die über das Raster. Verdächtiger ist vor Ort. Wir sehen ihn. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wahnsinnig schnell durch dieses scheiß CTO-S-Ding, ey. So, Freunde. Jetzt haben wir eine Verfolgungsjagd. Ich hoffe, jetzt kommen ein paar coole Ampeln, ein paar coole Pfeiler oder so. Ja, ja. Was macht das? Hast du Angst, oder was? Alleine? So, jetzt hier scharf rechts. Jetzt hier wieder rechts. Kommen Sie den Kopf, so. Wow, shit. Das war jetzt natürlich doof. Ach, Mann, ey. Ja, ihr habt gar nichts. Lame nicht so einen Scheiß. Oh, Mann, ey. Das war jetzt ein richtiger Fail. Gehackt. Klopf, du Mann. Aber woanders. Okay, Ampel. Hacken. Ampel. Hacken. Ich weiß, ich kann keine Ampeln mehr hacken. Natürlich doof. Wenn man abhaut, der Akku ist leer irgendwie. Links könnt ihr das sehen, da ist der Akku ein bisschen leer. Jetzt schaue ich gleich wieder auf, soweit ich weiß. Ja, was ist los, Freunde? Verfolgt mich doch. Scheiße, Achtung! Stricher, ey. Schöne abhauen. Weg, ich bin auf der Flucht. Er könnte sich in einem Parkhaus finden. Ach, scheiße, es ist weg. Sehr gut. So, Cops sind kommen. Jetzt sind wir noch aus dem Kreis, aus dem grauen Kreis raus. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. LF4821, Adam, wir kommen jetzt wieder zurück. Auwe. Sehr schön. So. Frag mal hier, den möchte ich gern BMW oder Mercedes oder was?